Hi Leute, heute im Test der Magma Monster Pink Vulkan. Das ist ein Silbervulkan mit pinken Sternen und ganz am Anfang gibt es noch eine pinke Bengalbasis. Der Importeur ist Veko, der Hersteller Bugano und mit einer Effektmenge von 250 Gramm und 6 Meter Effekthöhe ist dieser Vulkan einer der besten, den es überhaupt in Kategorie 2 gibt. Ja, jetzt folgt natürlich der Test und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Was soll ich hier rein? Ja, das passt. Ja, gut, gut, gut. Das ist nicht gut. Krass, ich steig wieder. Keine Tütschmuck.